So, da sind wir mal wieder, aber dieses Mal sitzen wir in der Blechbüchse, was Reto überhaupt nicht gefällt, aka Dramatics, weil er ist ein Flugzeugboy. Ich hasse Blechbüchse, Fliegerboy. Er ist ein Fliegerboy. Warum ist mein Bild getiltet? Ja. Getiltet. Ist es wirklich schräg? Ich spiele momentan mit, was ist das, die größte oder zweitgrößte Kanone im Spiel? Reto, guck mal, wie schnell das ich bremsen kann. Und tschüss und stopp. Wenn ich noch in Zeit nachladen kann, dann kann ich dir mal ein Luftloch hinten in den Kopf schießen. Nee. Doch, doch. Nein, das ist doch schön. Okay. Luftloch! Ich muss gleich das Spiel neu starten. Warum denn das? Abgeschmiert? Nee, meine Grafik ist so niedrig, ich kann in der Distanz nichts erkennen. Was hast du dir umgestellt? Damit ich aufnehmen kann, habe ich ein bisschen zu niedrig, glaube ich, gemacht. Und der Reto hört schon wieder Mucke. Ja, mache ich aber auch. Mit dem Panzer rum, weißt du, und hörst du so. Ja, gut. Ja, aber beim Panzer höre ich auch Musik auf Flugzeugen, aber nicht laut. Was machst du denn da? Ja. Ja. Genau, das ist es. Ja. Ja. Sind Sie sich da sicher, dass niemand mehr B ist? Nein, ich höre ja sogar einen flimmst. Schießräterfeind? Ja. Oder schießräter wieder auf seinem Mate? Den habe ich geholt. Oh, schön. Ein auf B. Da ist noch einer. Nachladen. Ich werde verrecken. Hä? Muss man drüber schießen? Ja. Er verschießt einfach. Ich rück das. Es gibt Pullet Drop. Oh, da ist noch einer. Ein M8 war neben mir. Ich habe mich leider minimal zu viel ausgeschaut. Oh, oh. Schüsse macht. Hä, 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 hä. Da musst du nur ein bisschen in die Nähe schießen. Da geht alles hoch. Oh, da. Mies verschluckt. Ah, hä, hä. Mach stehen bleiben vor, zugriffen. Hast du denn überhaupt nen Repackage schon? Ja. Wir müssen zwei. mal Kevin ihr seid mal gut mit der Qualität Artilleriefeuer ja ich komm doch nicht weg Junge ja wenn du jetzt bist Reto in Panik ich bin mal noch mit dem Stumpf am Sonnen ja man hab auch schon zwei Leute genutzt ach du scheiße oh ich hab die CIS mit dem Bodyhit getroffen alter haust du mal rein M8 alles ausgeschaltet bis auf einen einzigen Typen zwei Sekunden später erschießt schon wieder find ich sehr nett T28 T28 oh nur ein Critical Nein Mann warum spawnen da drei Leute Rex T50 das war ganz bestimmt der der die CIS gespielt hat Minimalste nehmen es gibt ja doch bei Roller also schon was ich damit triggerst ich habe vielleicht dich Roller Rollerfahrer es gibt ach da ja und dann kommt der boah da ist ein Light da ist ein M2 Light 400 Meter Yeet zu kurz Turm Treffer natürlich nur ein Typen im Turm critical hit ich habe die Kette abgeschossen ach so das ist ein M3 jeet zu kurz jeet zerstört hehehehe boah war das ein Lucky Shop mit der Kette ich mache mir gleich wieder meine Jumid jede verschissene Minute ein strecken Bombenkill ach du scheiße ist da viel oh Kette getroffen Kette getroffen Kette getroffen Orange Kette getroffen schuss schuss Hilfe dafür dass ich seine Kette nämlich mal rumgeschossen habe die wie der lebt noch für dich ich sitze mal drauf danke badewanne bleibt perfekt stehen ich darf seine kette ich treffe sein rat junge das gehäuse davon beschädigt schade der t80 mit dem squeezy boy ja da komm ich mit dem squeezy boy wir müssen halt mal wirklich captain gehen hans fahr schneller jetzt fährt er los die leute die da vorne stehen die sollten mal richtung b sonst wird es gleich nichts noch ein treffer und verschissen Das ist ein Tome, ja, ich bin mal. Wir haben schon Squeezy Boy, du schaffst das. Okay. Finde ich einen Treffer, aber ich kann auch weiterfahren. Silo beschädigst du? So ein Treffer finde ich auch gut. Hier bitte mal Aufschlusshilfe, danke. Nein. Oh ja, das ist 551. Wo ist denn die Suche? Der Typ ist aber auch kein Kernbehind. Oh wow, ich bin noch bei sich hinten. Direkt hinter mir. Ja, kann ich ja nicht riechen. Vielleicht 10. Ich war gerade beschäftigt mit auf T50 schießen. Jetzt wieder rüberfahrt und See einnehmen geht, wenn Reto ihn nicht tötet. Hm? Ja, wie ist es mein Tum gedreht ist? Dreh doch deine Wanne mit. Nee, sonst werde ich von vorne abgeschossen. Ich schieße auf ihn, aber da kommt kein Schuss durch. Jeder Schuss geht rein, aber irgendwie geht es nicht. Ja, dann hast du zu wenig Penetration. Ich bin raus. Ja, ich auch. Ja. Ach, nur ein Kratzer. Ich werde nicht sagen, aber das Flugzeug ist besser. Ja. Das ist jeder. Ja. Nicht nur, ich stehe da am Weltabgesuchten. Ja. Hat nicht gereicht. Es hat schon wieder die Sue, die mich getötet hat. Ich mag dieses Geräusch nicht. Ich mag mein Husten auf mich. Warum trinken sie denn nicht einen Tee? Boah. Schon wieder? Ja, schon wieder die Sue. Boah. Geht mir die Sue auf den Sack. Nächster und letzter Versuch, bevor wir eh verloren haben. Ich mein, ich hab elf zerstörte Panzer. Ja, gut. Bin für dich. Was? Ja. Was? Wah. Was? natürlich fehlt man wie sehr schade ich würde mal sagen das war es dann auch mit dieser folge lasst mal einen kommentar da was euch lieber gefällt panzer oder flugzeug und naja man hört sich das nächste mal